So, und natürlich geht's jetzt direkt hier weiter. Mit vielen Gegnern, denke ich mal, die alle mich töten wollen. Okay. Hier ist doch alles rot. Jetzt rennen die alle weg. Jetzt rennen die alle nach unten, oder wie? Na dann. Okay, jetzt schießen die alle. Hm, aber die sind alle von hier oben weg, das heißt, hier oben ist keiner mehr. Und ich kann hier in Ruhe irgendwas machen. Wenn jetzt hier noch Leben dienen würde. Okay. Oh, 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 Leben, 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 Power. Ähm, ja. Jetzt muss man natürlich nachladen, ne? Okay, die Granate hätte ich ja fangen können, so nah war die. Und du wärst jetzt schön ungestürmt. So, wo muss ich jetzt hin? Runter und runter. Und in irgendein Haus mit ganz vielen Gegnern. Okay. Ähm, ja. So. Scheiße. Ja, ich mag die Schraubflinte. So. Jetzt werden da erstmal ein paar Granaten in das Haus reingeworfen. Okay, das war scheiße. Aber egal. Hauptsache sie sind tot. Ich kenne so ein bisschen vor wie irgendein Noob in irgendeinem Spiel oder so, aber naja. Darum geht's ja hier auch gar nicht. Äh. Wo muss ich denn hin? Hier hoch. Okay, hier sind viele Gegner. Sterben. So. Ich müsste auch gleich mal das letzte hier haben. Immer noch nicht. Schießt auf den Sprengzimmer. Okay. Ja, gute Arbeit. Oh, oh, oh. Ich weiß gar nicht, ob ich hiermit auch irgendeine Ausleitung kriegen kann. Sieht aber dann noch aus. Oder? Was ich halt auf Achtung jetzt? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich will raus. Ja. Oh, hier liegt ich auch nochmal. Egal. Raus hier. Raus hier. Äh. Was ist der Gegner? Ja, genau das hatte ich vor. M1-16-Zoll-Bajonett verliehen. Toll, jetzt habe ich ein Messer an der Schrauflinte. Auch was cooles. Ja, ich bin hier. Genau. Gib mir Deckung. Tiger? Kein Leopard oder Löwe. Okay, so ein Tiger. War ja eigentlich klar, aber... Oh, das war ganz mies. Ja, 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 dieser Mist. Ich hätte das gedacht, ich darf den Panzer als kaputt machen. Ja. Das heißt nicht, hier ist schon wieder diese dummen Granaten drin. Das fände ich jetzt aber ziemlich blöd. No, ich muss den echt wieder mit Granatenbrot machen. Das ist jetzt nicht wahr, ey. Oh mein Gott. Cool. Und jetzt? Das kann ich mehr nehmen, oder wie? Kapazität, ja, ganz toll. Aber egal. Ich möchte... Oh, 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 oh. Nein, die möchte ich haben, ja. Genau die. Oh Gott. Oh, das war jetzt aber richtig scheiße. Warum ist da so wenig Munition drin? Oh Gott. Jetzt darf ich wahrscheinlich den Panzer normal kaputt machen. Oder? Nein, der Panzer ist schon kaputt. Und die Typen sind tot. Das heißt, ich kann ordentlich durchlaufen. Wow. Wow, 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 wow. Ganz locker, Freunde. Okay. Wer ist da oben? Zeig dich. Kein MG. Wie soll ich denn alle treffen, da? Okay, fangen wir erst mal hier an. Okay. Hier war das Vizier, verbesserter Zoom. Das sieht doch genauso aus wie vorher, oder nicht? Also ich erkenne keinen Unterschied. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Wenn das jetzt schon normal ist, wie soll man das denn dann auf schwer schaffen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Okay. Das ist eine sehr erfolgreiche Granaten. Okay. Ich werde dafür hier, legt mir irgendeiner noch ein bisschen Leben auf den Boden. Dann könnte ich gerade ein deutlich mehr anfangen als mit Munition. Jetzt wird erst mal der Typ da oben. Geneift. Okay. Ha. Gut. Wo ist ich denn? Oben? Ah, hier geht's nach oben. Okay. Hoch, 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 hoch. Ja. Wo haben die denn das Geländer gelassen? Das kann doch nicht sein. Und alles nach oben. Mal wieder. So. Du wirst wohl umfallen. Geht doch. Okay. Jetzt ist er erreicht. Das schätze ich auch. Oder so. Ja, ganz toll. Panzerschrecks. Die schießen auf uns. Hilfe. Ja, aber ich glaube, da hier gerade ein Schwächelpunkt ist. Ist da noch Panzer? Okay. Nein, hier werde ich erst im nächsten Teil weitermachen. Und dann hier jetzt eine Pause, einen Schnitt machen. Wie auch immer. Bis dann. Tschö. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.